Einsteigen, es geht weiter. Sehr gut. Wohin denn jetzt? Wir haben das... das Ego-Event. Wir können nur eine Ego-Perspektive sein, Leute. Ja, ich weiß, wie vorhin, Leute. Wer fährt denn vor? Biernot oder was? Oh Gott, mein Faskel ist gar nicht gut. Aber Kolonne oder was? Pöckchen reiß ich am Riemen. Wir haben das gesehen. Fährt er den Biernot da an, Leute? Habt ihr das gesehen? Ja, das ist doch mal... Oh, Digga, das ist echt schwierig, ne? Vor allem, ich hab keinen Faskel, Leute. Mach Platz hier. Mars, Mann, ich folg dir mal, ne? Ich weiß gar nicht, wo es lang geht. Also, also das ist so, wir sollen... Oh, Mann, Digga, wo kommt das Ding her? Man sieht's nicht genau. Das war die A-Säule. Habt ihr gesehen? Der passte genau in die A-Säule rein. Müssen wir den Sound ausmachen, weil der mich beim Sprechen immer unterbricht. Aus dem Weg, du Flachwurrst. Ey, rammt da mich nach. Damit kriegen wir hier ja nicht. Wir sind auf dem PVE-Server, ne? Ja, das geht ja darum, dieses Spiel, dass wir in dieser Perspektive gefangen sind. Es gibt keine Karte jetzt hier. Na, also ich kann M drücken, soviel ich lustig bin. Und das nächste wäre halt, ähm... Ja, die... Wir sollen jetzt von hier aus zu dem Sägeberg irgendwie kommen. Und der Erste, der da ist, hat wahrscheinlich gewonnen. So wird's wohl sein. Also, das ist halt, äh... Ja, so ein, äh... Rennspiel. Und ich hab erst gedacht, wir müssen laufen, Leute. Mit Autos ist es ja... Mit Autos ist wiederum cool, ne? Aber laufen! Ich hab die ganze Zeit gedacht, wir müssen laufen, Leute. Ich hab da schon richtig Horror vorgehabt vor diesem Event. Wisst ihr, wie ich mein? Bei Skum lauf ich so viel, Alter. Mir hängt dieses Laufen, der hängt mir so aus dem Arsch raus. Ihr wisst, was ich meine. Dass ich da zu diesem Event überhaupt keine Motivation hatte, ne? Überhaupt nicht. Aber gut, im Auto ist eine andere Sache, Alter. Dann, äh, bin ich glücklich, dass wir jetzt hier alle Autos haben, Alter. Dann macht's auch wieder Spaß, Leute. Echt, ich hatte vor diesem Event das erste Mal wirklich so ein bisschen grausam, ne? Weil ich lauf so viel durch diese Wälder hier, ne? Weil ich halt immer sterb und irgendwie so ein Scheiß. Haben wir grad eben schon wieder gesehen. Auf dem anderen Server muss ich auch schon wieder laufen jetzt, ne? Weil der Robby mich versenkt hat. Der hat mein Flugzeug abgeschossen, ähm, und er hat mich explodiert. Und gleich ist er sicherlich ins Wasser gefahren, ne? Also, ich muss zum Seegewehr. Ich weiß gar nicht, wo lang jetzt hier. Wo ist denn der Typ jetzt hin, Alter? Ich versuche mich grad an ihn zu orientieren, ne? Weil ich selber nicht weiß, wo lang es geht. Leute, ihr seht's, ihr seht's. 97 fahr ich grad mal spitze, ey. Horror. Klimaanlage ist auch wieder angegangen. 25 Grad. Moment, ich darf hier jetzt nicht zur Stadt fahren. Ich muss hier um den Tümpel rum, ne? Hier. Oh, Digger, Alter. Was ist denn das für eine Kacke hier? Die Frage ist, ist das vor dem Damm oder war das dahinter? Ich glaub, das war dahinter, ne? Also, jetzt fahren wir erstmal zum Damm, würde ich sagen, Leute. Wir fahren zum Damm erstmal. Ja, tanken muss ich nicht, ne? Also, da geb ich jetzt Gas. Der Sprit ist in Ordnung, das ist... Also, Wolf, und ich müssen noch zum Krankenhaus. Wolfi! Hier ist eine Autobahn, da kann man sehr gut fahren. Und da sieht man dann auch, wie schnell ich... Oh, Wolfi! Guck mal hier! Die sind da gestartet, glaub ich, wo wir jetzt hin müssen. Und die müssen da hin, wo ich gestartet bin. Da könnt ihr mal sehen, Alter. Das ist ja ulkig, ne? Ihr seid auf jeden Fall richtig, Wolfi und Goldi, falls ihr da seid. Hier zwei Sägewerk, Leute. Ja, ja, Wolfi. Das ist ja lustig, dass gerade Wolfi mich hier trifft, ne? Wuhi, viel und Goldi. Wieder Zombie. Lebst du mit, oder wat? Auch noch ein Polizist, Alter. Der macht ja... Oh, hier wohnt auch jemand. Ui! Gerade noch wieder gekriegt. Hänge ich auf den Stein, Perseppel. Das kommt mir bekannt vor. Muss ich jetzt auch in Ego rumrennen? Auch wenn ich nicht... Ja, musst du. Im Moment schon, solange das Event läuft. Herr Mundiedl ist vierter. Ernsthaft? Ja, das ist doch der, der mich abgehängt hat hier. Tankstelle? Nö, brauchen wir nicht. Wir fahren weiter. Aber Leute, seid mal ehrlich. Ihr schummelt doch, Alter. Kann ja nicht sein. So, hier ist aber auch irgendwo dann, ne? Das ist ja nicht im Eisland. Das muss ja hier irgendwo sein, oder was? Muss ich da jetzt rüber? Ist das noch grün hinter dem... Ey, das ist noch grün da hinten, ne? Da muss ich... Alter, der rutscht, als ob der keine Reihe, kein Profil hätte hier. Oh, Digger. Lass doch die scheiß Rutscherei. Der fährt 70 oder so. Da kann man gar nicht rutschen. Hier kann das nicht sein. Das muss hier drüben sein. Da drüber jetzt. Über den Kanal. Da auf der anderen Seite ist nämlich auch noch grün. Und da muss es irgendwo sein, Leute. Und jetzt muss ich mich irgendwie rechts halten. Irgendwo da muss das sein. Er ist 5 da. Hier muss man irgendwo links rein. Und hier geht es durch die Stadt durch zum Sägewerk, gell? Ich weiß selber nicht, wo Sägewerk ist, ne? Deswegen helft ihr mir nicht. Die stehen jetzt alle da rechts irgendwie? Keine Ahnung. Da muss ja eine Straße hinführen. Das kann ja gar nicht sein. Ja, lol. Gibt es da oben was zu fressen beim Sägewerk? Mein scharf verhungert das schon. Aber guck, da ist es doch. Guck. Will ich der Letzte, ne? Oder? Oder? Ich glaube, ich bin der Letzte jetzt hier, ne? Wie viel waren wir denn? Ja, ja. Ich glaube, ich bin der Letzte, ja. Gerechtigkeit. Ich schummelt doch alle. Boah, endlich. Anni, nani. Habt ihr was zu fressen irgendwo hier gesehen? Ich habe Hunger, Mann. Es sind noch Leute unterwegs. Oha. Na, dann kann ich ja mir mal eben Essen suchen, wa? Was ist das hier? Damit kannst du die ganzen Items aufräumen, Hanni. Dann ruckelt der Server nicht so. Siehst du das hier? Gehen alle Items davon weg, Alter. Oha, ich wollte Cracky treffen. Das hat doch nicht funktioniert. Ja. Wuhl. Er schießt ja mal überhin, ne? Das trifft, hat der keine Damage hier, oder was? Ja, ich glaube, die Dinger gehen da durch, durch den Cracky durch, wa? Die sind verseucht. Die sind verseucht. Die sind verseucht. Die Strahlung. Wie sieht's aus? Habt nicht mehr lange. Er hat noch 10 Minuten, dann musst du ins Bett, Junge. Oh, hier liegen ja noch Munitionen, denger. Das erinnert mich gerade an diesen Film, den Superstau oder so, ne? Wenn ich so viele Autos hier sehe. Kennt ihr den? Den Superstau, ist ein ganz lustiger Film. Uhl, 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 uhl. Was ist denn los mit ihm? Allratsschwein. Oh, der, der hat gesessen. Das Schwein wurde pulverisiert, Alter. Da blieb ja nix mehr von übrig. Hanni verdreht die Augen, guck mal. Hanni ist sauer. Nee, ich langweil mich, dann geht's ja nicht weiter. Ihr Hunde. Hanni hat einen Silberblick heute, wa? Hanni, was ist los mit dir? So, auch die Tieren aufgemacht, du Schlingel. Guck mal, wo die hinkuckt, Alter. Die ganze Zeit im Spiegel. So, äh, na, ist der Lidschattencheck? Sag mal, gucken die alle so komisch, oder was? Ui. Oh, Digga, was macht ihr denn mit mir? Ich kann gar nicht mehr aufstehen hier. Das Pünktchen, der muss jetzt 10 Minuten ins Bett. Der sieht aber auch nicht glücklich aus, ne? Guck mal hier, die Augen. Pünktchen, ihr guckt ja alle komisch. Komisch, Alter. Ist euch das noch nie aufgefallen? Guck dich mal im Spiegel. Der sieht ja aus, als ob er pennen würde. Ui. Nee, das ist Hanni. Da haben wir geguckt. Das ist der Peli. Der guckt mal mal. Nee, Hanni guckt schon wieder krumm. Weg da, Gesindel. Mach's, Mann, wir müssen umdrehen. Mann, Auto. Platz hier, Junge. Ah, Gesindel. 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 Oh Let's get crazy in here subs ups Das Kröten-Witz hier. Los zum Krötensee. Hat er noch mal bei der Tür abgekriegt. Habt ihr gehört? Bam. Platz hier, Punkt hier. Du bist langsam. Auf zum Krötensee. Da fahren alle Kolonnen, Alter. Ich feinde Hanni hinterher. Der weiß also so Bescheid. Oh, Hanni, du hast zu viel Gas, Alter. Komm nicht hinterher. Nicht so schnell. Ja, Mann. Wo ist Wolfi? Oh, Pünktchen. Jetzt gibt er hier Nitro ein, was? Nitro Speed. Oh, nein, eine Wurzel. Vorsicht, Pünktchen. Ich darf Hanni nicht verlieren, Alter. Oh, Hanni hat... Der ist gleich weg, Digga. Der ist gleich weg. Der hat zum EPS. Ich komm doch nicht hinterher. Boah, Digga. Was soll der Scheiß denn? Ich kann kein Wort sehen. Hanni, warte doch. Hey, hey, hey. Ja, oh, nee. Nachtfahrt auch noch. Und meine Scheibe ist so schmutzig, Leute. Ich kann gar nicht sehen. Oh, Pünktchen, du blendest mir eine Spiegelscheibe hier. Der blendet mich voll von hinten, Alter. Oh, hier. Jetzt hat er mich abgehängt hier, Digga. Oh, ich fahr so eine Möhre hier. Dann gib Gas. Oh, Digga, 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 Digga. Ja, also da sind wirklich die Leute, die die Fahrfähigkeit gut haben, ne? Im Vorteil, Leute. Wir quälen uns hier. Wir Fahranfänger quälen uns hier mit den Autos. Hanni ist über alle Berge. Den sähe ich schon weg. Den seh ich nicht mehr. Pünktchen ist irgendwo vor mir. Hoffentlich weiß der den Weg. Aber Pünktchen muss gleich ins Bettchen. Deswegen, das treibt ihn auf jeden Fall an. Gebt dem hier, Pünktchen. Wir sind alle hinter dir. Ja. 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 Ich hab ihn gleich eingeholt, wenn es so weitergeht. Aber hinter mir ist auch einer. Schade, dass man keinen Spiegel hier hat, ne? Irgendwo links ist hier einer. Ich hör den. Na, ich rutsche doch schon wieder so kacke hier, Digga. Lady ist hinter mir. Na, komm, gib Gas. Scheiß Auto. Ja, siehe. Lady rutscht auch hier. Ja. Ja. Äh, Pünktchen haut mir langsam ab. Den kann ich bald nicht mehr sehen. Dann hab ich auch wieder ein Problem. Dann seh ich ja, ich kann ja kein Wort sehen. Oh, jetzt kommt noch ein Nebel, Leute. Guckt euch das an. Kommt ja auch noch ein Nebel. Der Krötensee ist ja für mich nicht schwer. Ich kenn den ja. Aber für denen, die überhaupt nicht meine Videos gucken oder sowas, da könnte das Problem sein, ne? Den Krötensee, die würden das gar nicht kennen, ne? Was, Mann, sechs? Was? Bisschen kurz vor mir oder was? Hier müssen wir jetzt rechts schwenken. Da ist der Krötensee. Da ist er, den Krötensee. Da ist er. Hier ist er auch. Da ist er. Da ist er. Da kommt Schu-Schu. Guck mal, ey, wo schlägt sie noch? Sehr schön, Schu-Schu. Ja, Dennis, so sieht's aus, ne? Danke, obedez, und nichts. Echt raus spoon geht runter. S Soli gleich? Echt, jawel бог.